Herzlich willkommen heute Abend zu einer kleinen aber feinen Runde und zwar geht es heute um das Thema Gründen. Ich habe natürlich so wie sonst auch immer eine Präsentation vorbereitet, habe deswegen so einen groben roten Faden. Der ergibt sich eigentlich bei so einem Thema wie Gründung relativ automatisch und zwar gehen wir einfach Schritt für Schritt mal so die Punkte durch, die man als Gründer so abhaken sollte. Ich möchte allerdings einsteigen mit einmal fast untypisch und zwar möchte ich einmal ganz kurz vorstellen, was machen wir eigentlich oder was mache ich eigentlich und wer bin ich eigentlich und was habe ich nicht alles in meinem Leben schon gegründet. Ich möchte euch nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber tatsächlich habe ich in meinem Leben schon sechs Mal gegründet. Als letztes mitgegründet den Contest Steuerservice, also die Contest Steuerberatung bin ich Mitinitiator und das ganze Angebot, was wir hier machen, sowohl in der App als auch jetzt diesen Online-Auftritt und so weiter, das ist das Letzte, was ich gegründet habe. Ich habe aber das erste Mal gegründet, tatsächlich da war ich 17. Damals habe ich Ferienwohnungen vermietet. Das war noch weit bevor es Airbnb gab und solche Geschichten und ich habe es einfach nur mitbekommen, dass ein Bekannter aus Ferienwohnungen Dauermietwohnungen machen wollte, weil er keine Lust hatte, sich laufend darum zu kümmern und einfach seine Ruhe haben wollte und seine Rente genießen wollte und ich dachte mir, wie jetzt? Du willst für eine Wohnung, die du im Sommer für 80 Euro die Nacht vermietest, willst du plötzlich 400 Euro oder 450 Euro im Monat haben? Wie wäre es denn, wenn ich sie vermiete und dann an Tagesgäste weiter vermiete und den Gewinn, den ich mache, in meine Tasche stecke? Damals gab es noch gar kein Airbnb, heute kennt man das so ein bisschen unter dieses Airbnb-Arbitrage-Modell. Als ich 17 war, also 15 Jahre her, gab es das Ganze so noch nicht und das war so meine erste Gründung, Punkt 17. Dann kamen eine ganze Reihe immer mal wieder alle möglichen anderen Sachen, bin dann irgendwann in Steuerberatung gewechselt, weil ich gemerkt habe, man sollte kein Spiel spielen, dessen Spielregeln man nicht beherrscht. Also die ersten Gründungen waren absolute Katastrophe, was, ich würde mal sagen, das richtige Anmelden war und die richtige Bürokratie und so weiter. Und deswegen bin ich irgendwann in der Steuerberatung gelandet und nebenberuflich war ich trotzdem noch selbstständig und so weiter und bin jetzt quasi mit Kontist gemeinsam wieder zurück in die Steuerberatung gegangen, um es hoffentlich jetzt ein bisschen kundenfreundlicher zu machen, näher am Kunden zu machen, verständlicher zu machen, einfacher zu machen und ich würde mal sagen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die eigenen persönlichen Deckungsbeiträge und Umsätze und Haftungsschränkungen und so weiter im Blick zu haben. Das ist so das, was ich mache. Aber deswegen kann ich tatsächlich aus eigenen sechs Gründungen berichten. Meine Frau ist selbstständig, meine Mama ist selbstständig, mein Papa ist selbstständig, 80 Prozent meines Freundeskreises selbstständig und ich habe viele Jahre in der Steuerberatung gearbeitet und da auch tatsächlich regelmäßig einfach die Gründer betreut, weil ich einfach aufgrund von meiner persönlichen Erfahrung und auch von meinem persönlichen Interesse ganz viel Erfahrung hatte im Bereich Selbstständigkeit und sich selbstständig machen. Und von daher gehe ich heute einmal durch, durch die ganzen Themen, was ihr wissen müsst, speziell für, wenn ihr gründen wollt, euch selbstständig machen wollt. Ich kann euch aber auch ganz viel, wenn ihr das Interesse habt und die Fragen reinschreibt, kann ich auch ganz viel, ich würde mal sagen, Fragen aus der Lebenswirklichkeit beantworten. Weil was du theoretisch rechtlich richtig machen musst und sollst und kannst, ist natürlich das eine Thema. Das andere Thema ist, wie läuft es der ganze Hase in der Praxis und wie kann ich eventuell pragmatisch vorgehen. Ich baue das natürlich auch jetzt in meiner Präsentation schon ein, aber wenn ihr da Fragen habt, immer her damit. Das gilt natürlich für euch jetzt auch die Live zu schauen. als auch alle anderen, die später irgendwann mal die Aufzeichnung schauen. Anderer Punkt auch, Michelle hat gerade schon den Chat geschrieben. Michelle sammelt so ein bisschen die Fragen und wird auch immer mal wieder zu den einzelnen Themen, über die ich rede, so vertiefende Videos in den Chat posten. Die findet ihr anschließend, wenn ihr die Aufzeichnung schaut, auch alle unten in der Videobeschreibung. Das heißt, da könnt ihr unbedingt vorbeischauen. Jetzt gerade nicht, dann werde ich live Echtzeit versorgt von Michelle. Vielen Dank für die Unterstützung. Das ist noch ein Punkt gewesen. Warum weitere Videos? Weil wir wirklich jeden Werktag auf diesem Kanal ein Video hochladen. Jeden Dienstag gibt es einen Livestream zu bestimmten unterschiedlichen Themen und wir haben einfach schon wahnsinnig viele Videos aufgenommen. Das heißt, wenn du jetzt gerade zufällig neu dabei bist und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist genau jetzt eine hervorragende Möglichkeit. Jetzt könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr selbstständig seid und ihr sagt, das Thema Steuern, Buchhaltung und so weiter ist ein Thema, mit dem sollte ich mich irgendwie beschäftigen. So viel dazu. Ansonsten würde ich sehr gerne einmal in die Präsentation springen. Und zwar geht es heute darum, der eigene Chef zu sein oder ehrlicherweise die eigene Chefin. Das ist natürlich auch möglich, funktioniert bürokratisch. Gott sei Dank genauso. So viel dazu. Ich habe mir auch eine Agenda ausgedacht und zwar folgende. Die Agenda hält sich natürlich so ein wenig daran, was so eigentlich der typische Gründungsablauf ist. Ich möchte ganz kurz eingehen auf das Thema Rechtsform. Das heißt, wie kannst du eigentlich gründen, das Thema ganze Gewerbeanmeldung. Wann musst du die Gewerbeanmeldung machen? Worauf solltest du achten? Wie verschwendest du Zeit? Auch da habe ich schon einige Fehler gemacht, die ihr in Zukunft nicht mehr machen müsst. Die habe ich bereits für euch gemacht. Und was passiert eigentlich nach so einer Gewerbeanmeldung? Und wie werde ich das eigentlich alles los? Weil auch das sollte man sich immer mal überlegen. Was muss ich eigentlich machen, um am Ende, wenn ich umziehe oder wenn ich keine Lust mehr habe, selbstständig zu sein, wie kann ich eigentlich das Ganze wieder loswerden? Ist tatsächlich ein gar nicht so unterschätztes Thema. Erstmal wichtig, wenn ihr gründen möchtet, also schreibt gerne mal vielleicht rein, was ihr machen wollt. Wenn ihr gründen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, in Deutschland unterschiedliche Rechtsformen zu wählen. Und der Gründungsprozess, der unterscheidet sich sehr danach, als was ihr gründet. Und ihr habt im Wesentlichen eigentlich drei Möglichkeiten, wie ihr gründen könnt. Das Einfachste, wenn tatsächlich ihr euch nicht in erster Linie damit beschäftigen wollt, was ihr eigentlich macht, ist ein Einzelunternehmen fast immer das Einfachste. Das heißt, Einzelunternehmen, ihr meldet euch einfach selbst an. Dann ist quasi euer Unternehmen, ihr seid euer Unternehmen. Genau, ihr seid ein Einzelunternehmen und dann ist das Unternehmen seid ihr. Als Beispiel nehme ich, ich habe euch erzählt, mein ganzer Freundeskreis ist irgendwie selbstständig. Das heißt, ich werde jetzt meine ganze Familie und Freundeskreis in diesem Webinar vorstellen. Meine Frau beispielsweise. Meine Frau hat einen Podcast, relativ erfolgreicher Podcast. Wenn ihr interessiert seid, Bastian Neumann, könnt ihr gerne mal googeln. Es geht um Ernährungsverhalten. Und die macht Workshops, macht betriebliche Gesundheitsvorsorge, die hat zwei Bücher geschrieben und solche Sachen. Das heißt, unterschiedliche Einkommensquellen, ist aber in der Rechtsform des Einzelunternehmens. Das heißt, ihr Unternehmen heißt dann auch Bastian Neumann. Das heißt, sie hat jetzt nicht ein fancy Fantasienamt. Das geht normalerweise nicht als Einzelunternehmen. Das geht nur, wenn man sich ins Handelsregister einträgt. Dann wird es aber bürokratisch relativ aufwendig. Das heißt, wenn ihr es relativ einfach haben wollt, gründet ihr ein Einzelunternehmen. Was es denn natürlich noch gibt, sind Personengesellschaften. Die speziellen Geschichten, was ihr bei Personengesellschaften beachten sollt, darauf gehen wir gleich noch tiefer ein, und Kapitalgesellschaften. Ganz grob ein Überblick. Ich möchte jetzt nicht in jede Rechtsform in die Tiefe gehen, sondern ich werde mich tatsächlich heute in erster Linie auf die Einzelunternehmen konzentrieren. Das sind ehrlicherweise die, ja es ist halt die einfachste Gründung. Ist auch für alle, ich würde mal sagen, so ein Gründer von, ich möchte mal selbstständig sein, ich möchte vielleicht auch nebenberuflich starten und solche Sachen ist ein Einzelunternehmen immer mit Abstand das Einfachste. Ich habe persönlich auch schon eine GbR mal gegründet. Ich habe tatsächlich eine UG und zwei GmbHs. Das heißt, ich habe auch Kapitalgesellschaften gegründet und so weiter. Wichtig bei Personengesellschaften. Personengesellschaften sind eigentlich immer Gründungsteams. Das heißt, wenn ihr alleine gründen wollt, dann fliegt Personengesellschaft für euch eigentlich komplett schon mal raus. Ist nicht wirklich interessant. Und dann gibt es noch unterschiedliche Abstufungen, wie viel sich die unterschiedlichen Gründer einbringen wollen. Die Gründer heißen dann Gesellschafter, wenn sie zusammen eine Personengesellschaft gründen. Und dann gibt es einmal die GbR. Die GbR ist das Einfachste. Die GbR ist tatsächlich, lässt sich auch mündlich vereinbaren. Das heißt, Marc, wenn du jetzt sagst, ey, du machst Online-Kunstunterricht und ich verkaufe dir das und baue dir die Webseite und wir teilen die ganzen Einnahmen, dann und du sagst, ja, jetzt im Chat, dann haben wir theoretisch schon, wenn wir es zumindest so meinen würden, haben wir schon eine GbR gegründet. Das heißt, eine GbR muss tatsächlich auch noch nicht mal unbedingt unternehmerisch tätig sein. Also eine GbR ist wirklich sehr, sehr einfach gegründet. Ich kann euch aber tatsächlich empfehlen, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr unternehmerisch tätig sein wollt mit eurer GbR, tatsächlich auch einen Vertrag macht. Weil ihr solltet immer einen Vertrag darüber haben, wie ihr den Gewinn verteilt und so weiter. Sonst haben wir uns ziemlich schnell in den Haaren und streiten uns, nachdem wir beide Millionen verdient haben, wem jetzt wie viele Millionen gehört. Und das wollen wir nicht. Und das möchtest du auch nicht nur nicht mit mir, sondern auch mit allen anderen nicht und alle anderen sowieso auch generell nicht. Deswegen solltet ihr auch bei der GbR immer einen Vertrag haben. OHG ist auf einer Handelsgesellschaft, das ist ein bisschen größer. Eine KG ist stark simplifiziert wie eine OHG. Da sind aber nicht beide Gesellschaften gleich. Da gibt es Kommanditisten und Komplementäre. Kommanditisten sind quasi Geldgeber. Die haften gar nicht mit allem, was sie haben, weil das ist immer das Problem bei Personengesellschaften, dass man auch nicht nur, also man haftet auch komplett mit seinem Privatvermögen und so weiter. Und eine KG ist immer sehr, sehr gut geeignet, falls eine Person, die der Unternehmer ist, der so einen Drive-Forwards hat, der das schaffen möchte, das aufbauen möchte und eine andere Person hat, die Geld geben möchte. KGs kann man zum Beispiel relativ häufig bei so Bauunternehmen sehen, wenn der Junior übernimmt. Dann ist der Vater vielleicht derjenige, der das Kapital aufgebaut hat und das auch Vermögen inzwischen hat. Und der Junior soll das aber übernehmen. Und dann kann das ganz häufig sein, dass sie eine KG gründen. Und der Vater ist halt der Kommanditist. Das heißt, der Kapitalgeber und zieht sich ein bisschen mehr raus. Und der Junior ist dann halt der Komplementär und ist jetzt der Unternehmer, der voll die Geschäfte führt. Da sieht man, dass relativ häufig ist aber, wenn ihr einfach nur einfach gründen wollt, überhaupt nicht notwendig und macht es ehrlicherweise häufig auch unnötig kompliziert. Und wenn ihr alleine seid, braucht ihr sowieso nicht. Nächster Punkt ist, wesentlichen Unterschied von Einzelunternehmen zur Personengesellschaft ist, erstens, habe ich erzählt, die Anzahl der Gründungen, die Einbindung oder auch untereinander die Einbindung, wer ist wie tief involviert, habe ich gesagt. Bei einer KG müssen nicht alle absolut im Tagesgeschäft involviert sein. Wichtig ist, dass ihr halt einen Vertrag abschließt, wo die Pflichten, Aufgaben, Risiken, Gewinnverteilung usw. geregelt werden. Und das solltet ihr generell auch machen vor der Gewerbeanmeldung. Ist nicht absolut, also bei der GbR zumindest, nicht absolut vorgeschrieben. Kann ich euch aber nur dringend empfehlen, das so zu tun. Genau, und je nach Gründungsform, Rechtsform müssen unterschiedliche Formalien erfüllt werden. Möchte ich hier gar nicht so in die Tiefe eingehen. Ein anderer Punkt, den ich auch relativ kurz abhandeln möchte, ist das ganze Thema Kapitalgesellschaften. Ihr könnt natürlich auch eine Kapitalgesellschaft gründen. Und bei einer Kapitalgesellschaft ist es wichtig, und das ist wirklich wichtig, viele Leute gründen einfach eine Kapitalgesellschaft. Übrigens inklusive mir, weil sie denken, das ist cool, das ist irgendwie besser oder sonst irgendwas. Und merken später, so viel besser ist das Ganze gar nicht. Man hat einen deutlichen Berg Mehrarbeit. Die Vorteile sind gar nicht so sehr da, wie man eigentlich normalerweise denken würde usw. Wichtig ist, ihr schafft, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft gründet, eine eigene rechtliche Persönlichkeit. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine GmbH gründet, seid ihr nicht die GmbH, sondern ihr habt wirklich ein separates Konstrukt und ist zumindest vor Gesetz komplett unabhängig von euch. Das heißt, ich habe das in irgendeinem Video letztens erzählt, ihr seid nicht ihr, wenn ihr eine GmbH habt, sondern ihr habt quasi euch dupliziert. Ihr habt dann die GmbH und es ist wie so ein Kind eigentlich. Und ein Kind braucht immer einen Elternteil, das einem sagt oder entscheidet, was für das Kind richtig ist. Genauso ist es wie bei einer GmbH, weil die GmbH ist ja nur ein juristisches Konstrukt, also nur eine juristische Person und braucht immer jemanden, der sagt, was diese GmbH tun muss und das ist der Geschäftsführer. Aber der Geschäftsführer muss nicht zwingend auch der Inhaber und der Gründer sein. Das heißt, du kannst, du hast zwei unterschiedliche Ebenen und zwar einmal die, die die Geschäfte führen, also im Tagesalltag einfach verantwortlich sind und diejenigen, die die Inhaber dieser Gesellschaft sind. Das ist bei einer Personengesellschaft oder beim Einzelunternehmen nicht der Fall. Da ist halt einfach der Gründer derjenige, der es aktiv tut und auch der Inhaber. Das ist bei einer Kapitalgesellschaft so nicht mehr der Fall. hat grundsätzlich in der Theorie zumindest den Vorteil, dass die Gründer, also der reine Inhaber in der Haftung beschränkt ist. Das heißt, wenn du eine GmbH gründest mit 25.000 Euro und 25.000 Euro reinlegst, dann haftest du nicht auch noch mit deiner Altersvorsorge und deinem Eigenheim usw. Das ist theoretisch auch so. Also so ist es theoretisch, wenn du eine Personengesellschaft hast oder ein Einzelunternehmen gründest. In der Praxis muss ich allerdings sagen, das ist so löchrig, dieser Haftungsausschluss, dass du ganz häufig doch irgendwie haftest. Und on top lässt sich das Ganze auch viel besser abdecken durch so eine Berufshaftpflichtversicherung beispielsweise. Deswegen beschäftigt euch lieber mit einer guten Berufshaftpflichtversicherung, als damit eine GmbH zu gründen. Ich habe auch zu dem ganzen Thema, was ist eigentlich die bessere Gründungsform? Eine Kapitalgesellschaft oder ein Einzelunternehmen? Nur zu dieser Frage habe ich schon mal ein separates Webinar aufgenommen. Genau, und deine Kapitalgesellschaft ist quasi unabhängig von dir. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Kapitalgesellschaften, und zwar einmal die GmbH und einmal die AG, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, und einmal die Aktiengesellschaft. Warum stehen da drei, drei, wenn ich zwei sage? Weil die UG per Definition eine GmbH ist. Das wird auch häufig umgangssprachlich Mini-GmbH genannt, aber die gesetzlichen Regelungen für UGs stehen im GmbH-Gesetz. Und damit ist es quasi eine GmbH. Also von der Rechtsform, von den Auflagen, von den Pflichten und so weiter, ist eine UG komplett identisch wie eine GmbH. Deswegen alle Vorschriften, die auf eine GmbH gelten, gelten dann auch von der UG. Die Gründung ist deutlich aufwendiger. Ihr braucht einen Gründungsvertrag von einem Notar. Das heißt, ihr müsst einmal zum Notar laufen, ihr müsst das im Handelsregister eintragen. Also Ablauf ist, also Gründungsablauf ist, ihr braucht einen Gründungsvertrag. Das heißt, ihr geht einmal zum Notar. Der Notar macht den ganzen Gründungsvertrag mit euch, Gesellschaftsvertrag und so weiter fertig. Auch wenn ihr nur eine One-Man-GmbH seid oder One-Woman-GmbH, also wenn ihr es alleine gründet, könnt ihr natürlich machen. Dann seid ihr Inhaber und Geschäftsführer, beides gleich. Ihr müsst dann ein Geschäftskonto öffnen und dann müsst ihr quasi die Kapitaleinlage leisten. Bei einer GmbH sind das 25.000 Euro, bei einer AG sind es 50.000 Euro und bei einer UG geht es ab 1 Euro. Solltet ihr nicht mit einem Euro machen, weil ihr von dem Geld, was ihr dann auf dem Konto habt, wie gesagt, ihr gründet eine eigene rechtliche Persönlichkeit, müsst ihr dann auch gleich die Notarrechnung bezahlen. Und das ist ein bisschen doof, wenn ihr mit 1 Euro gründet und dann kriegt ihr die Rechnung vom Notar, die höher als 1 Euro sein wird und dann ist eure GmbH theoretisch schon überschuldet und ein Insolvenzfall. Solltet ihr nicht machen, deswegen solltet ihr mindestens so viel Geld reinpacken, dass ihr die Notarrechnung bezahlen könnt. 300, 400 Euro ungefähr. Und dann müsst ihr quasi den Nachweis, dass ihr diese Kapitaleinzahlung geleistet habt, müsst ihr das dann an den Notar schicken und der Notar trägt euch dann im Handelsregister ein. Ihr müsst aber immer eine doppelte Buchhaltung machen. Ihr müsst euren Jahresabschluss zumindest hinterlegen beim Bundesanzeiger. Für alle Leute, die davon keine Ahnung haben, das müsst ihr als Einzelnen sowieso nicht machen. Ihr müsst das also veröffentlichen oder zumindest hinterlegen und so weiter. Das heißt, es kommen eine ganze Menge bürokratische Kosten mehr und es ist komplett separat von euch. Das heißt, ihr müsst auch die GmbH oder die AG, die zahlt eine Körperschaftssteuer und ihr persönlich müsst trotzdem noch eine Einkommenssteuererklärung machen. Lohnt sich steuerlich, einfach um Steuern zu sparen, lohnt sich das auch ab einem gewissen Level. Aber wirklich bitte nur dann, wenn ihr wirklich nachhaltig, ich würde mal sagen, großzügig 100.000 plus Gewinn pro Jahr macht mit eurer Selbstständigkeit. Dann ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen könnt. Aber wie gesagt, ich verweise gerne an das Video oder die Webinaraufzeichnung, die ich da schon mal gemacht habe. Vielleicht noch einen Punkt, warum ich es zum Teil bereut habe. Tatsächlich das Abmelden einer Gesellschaft und einer Selbstständigkeit sollte man nicht komplett vernachlässigen. Während du ein Einzelunternehmen einfach abmelden kannst, das ist wirklich eine einfache Formalie, die innerhalb von einer, zwei Wochen erledigt ist, ist eine GmbH zu liquidieren und wieder zu schließen sehr aufwendig. Also das heißt, du hast die Verpflichtung jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr und selbst wenn du sie abschließen möchtest, dann hast du noch ein Jahr, das musst du warten, weil du schließt jetzt schon, okay, du möchtest sie auflösen und dann gibt es noch so ein Jahr, ähnlich wie so ein Scheidungsjahr, wenn man sich scheidet und dann kannst du sie erst austragen lassen und so weiter. Das heißt, das Aufhören ist tatsächlich relativ aufwendig und so lange hast du die Verpflichtung, auch selbst wenn kein Umsatz geflossen ist und so weiter, musst du trotzdem Jahresabschluss erstellen, musst du trotzdem eine doppelte Buchführung machen, du musst trotzdem den Jahresabschluss hinterlegen beim Bundesanzeiger und so weiter. Das heißt, du hast eine ganze Menge Aufwand und du musst dir dann schon wirklich sicher sein, dass du das auch für immer machen, also nicht für immer, aber wirklich ernsthaft machen willst. Deswegen empfehle ich eigentlich grundsätzlich, wenn du gründest, mach Einzelunternehmen, man kann das später auch umwandeln. Das ist gar nicht das Problem. Nächster Punkt. Wenn wir uns jetzt entschieden haben, Personengesellschaft, nö, ist nicht das Richtige, Kapitalgesellschaft ist auch nicht das Richtige, wie gründen denn eigentlich Einzelunternehmen? Und genau darum soll es gehen. Wie mache ich mich eigentlich selbstständig, wenn ich Soloselbstständiger bin, wenn ich Einzelunternehmen bin? Vielleicht da auch, weil ich diese ganzen Begriffe immer einzeln benutze. Soloselbstständig, Einzelunternehmen, Freiberufler, Gewerbetreibender, Kleinunternehmer, Kleingewerbetreibender. Es gibt so unfassbar viele Begriffe für ein und das Gleiche. Und was auch gleichzeitig Freelancer ganz vergessen, was gleichzeitig noch wahnsinnig witzig ist, wenn ich intern mit uns sitze, mit unseren englischsprachigen Kollegen und den Versuchen zu erklären, was die Unterschiede sind, ist das eine reine Katastrophe. Weil die haben das Ganze halt nicht. Die haben Freelancer und Self-Employed und das war's. Und in Deutschland haben wir so tausende Begriffe. Wichtig für euch ist an dieser Stelle, Einzelunternehmen ist die Rechtsform. Das heißt, ihr habt Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und Einzelunternehmen. Jeder, das ist wirklich die Rechtsform. Das ist quasi der Überbegriff über alle Leute, die diese Rechtsform wählen. Einzelunternehmen bedeutet nicht, dass du keine Mitarbeiter haben darfst. Du kannst auch als Einzelunternehmen oder als Einzelunternehmerin Mitarbeiter anstellen. Der größte Einzelunternehmen, ich weiß es nicht, gibt es keine offiziellen Statistiken, der aber, nur um euch ein Beispiel zu nennen, wer auch Einzelunternehmen sein kann, ist mein Paradebeispiel, der es leider nicht so ganz erfolgreich hinbekommen hat mit meiner Selbstständigkeit, ist Anton Schlecker gewesen. Das heißt, die ganze Schlecker-Gruppe war ein Einzelunternehmen. Das ist nur die Rechtsform, die ihr wählt. Deswegen, ihr könnt auch zehntausende Mitarbeiter anstellen und trotzdem Einzelunternehmer sein. Kann ich euch jetzt nicht zwingend empfehlen, hat man bei Schlecker auch gesehen, dass alle Leute plötzlich ein großes Interesse an seinen privaten Finanzen hätten. Wäre nicht so gewesen, wenn er eine Aktiengesellschaft hätte. Wichtig, Einzelunternehmen ist der Überbegriff und dann gibt es zwei Unterkategorien, die relevant sind für euch. Und zwar gibt es, wenn ihr sagt, ihr wollt Einzelunternehmer werden, müsst ihr euch im nächsten Schritt fragen, seid ihr Freiberufler oder Gewerbetreibender. Auch dazu habe ich ein vertiefendes Video aufgenommen, das ist deutlich kürzer, aber auch trotzdem bitte nicht sofort gucken, sondern erst nach dem Video ist einmal die Unterscheidung Freiberuflichkeit versus Gewerbebetrieb. Schaut euch das ganz gerne an, das ist quasi eine Aufzeichnung, an dieser Stelle nur einmal ganz kurz. Freiberufler sind zum Beispiel die Katalogberufe. Es gibt so klassische Katalogberufe, Arzt, Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater, Architekt. Meine Mama zum Beispiel, Hebamme, also solche Sachen. Künstler, also das sind so die Katalogberufe, diese klassischen Kammerberufe, die man so kennt. Das sind Leute, also das sind alles Freiberufler. Außerdem sind künstlerische Tätigkeit, unterrichtende Tätigkeit und solche Sachen, die sind auch freiberuflich. Warum die ganze Unterscheidung, ist ehrlicherweise ein bisschen Quatsch. Für dich ist es entscheidend, wenn du Freiberufler bist, dann gehst du bitte nicht zum Gewerbe an und meldest bitte kein Gewerbe an. Freiberufler müssen kein Gewerbe anmelden. Wenn du aber in die Definition eines Freiberuflers nicht reinpasst, bist du automatisch Gewerbetriebender. Also Gewerbetreibender. Das ist wirklich die automatische Definition von Gewerbetreibender ist, wenn du kein Freiberufler bist, bist du Gewerbetreibender. Und das ist relativ wichtig. Und das ist wirklich absolut wichtig, weil wenn du jetzt selbst für dich feststellst, ich bin Freiberufler, dann meldest du dich direkt im ersten Schritt beim Finanzamt an. Und zwar nicht zum Gewerbeamt. Wenn du allerdings kein Freiberufler bist, sondern Gewerbetreibender, ist dein erster Gang das Gewerbeamt, also die Gemeinde und muss da dein Gewerbe erstmal anmelden. Das heißt, du kannst als Gewerbetreibender auch nicht erst zum Finanzamt gehen. Ganz, ganz wichtig. Deswegen, das solltest du auf jeden Fall zunächst erstmal klarstellen. Ich würde im Folgenden gerne mit Gewerbetreibenden erstmal weitermachen, weil auch Gewerbetreibende müssen erst das Gewerbe anmelden und dann müssen sie sich beim Finanzamt anmelden. Das heißt, Freiberufler überspringen eigentlich einfach den ersten Schritt. Das ist aber ganz wichtig. Wir begeben uns also erstmal auf den Pfad der Gewerbetreibenden. Wichtig an dieser Stelle ist, wann müsst ihr eigentlich ein Gewerbe anmelden? Sobald ihr mit eurer Tätigkeit wirklich nachhaltig Geld verdienen wollt oder eures Fonds habt, müsst ihr ein Gewerbe anmelden oder halt eine Selbstständigkeit anmelden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wann ihr es nicht machen müsst, ist, wenn ihr, keine Ahnung, euer altes Fahrrad auf Ebay Kleinanzeigen verkauft. Wenn ihr nur ein altes Fahrrad habt, dann müsst ihr kein Gewerbe anmelden, dann könnt ihr damit auch Geld verdienen, habt damit keinen Stress. Wenn ihr aber jetzt euer altes Fahrrad verkauft, 100 Euro dafür bekommt und jetzt denkt, hm, ich kenne ja ganz viele Leute, die wollen ihre alten Fahrräder loswerden. Vielleicht könnt ihr für die ja auch alle ihre Fahrräder verkaufen. Dann habt ihr plötzlich eine nachhaltige Tätigkeit, weil dann überlegt ihr euch plötzlich, wo kriege ich eigentlich das ganze Zeug her, um es denn zu verkaufen. Das heißt, dann ist es schon eine nachhaltige Tätigkeit, mit denen ihr Geld verdienen wollt. Ist ganz vielen tatsächlich Influencern und so weiter gar nicht bewusst. Wenn ich beispielsweise YouTube-Videos erstelle, was ich offensichtlich gerade tue und beim YouTube-Partnerprogramm auf Ja angeklickt habe, dann wird Werbung eingeblendet. Und wenn ich dann Videos hochlade und da vorläuft Werbung, dann ist das ganz klar eine Tätigkeit, mit der ich auch Geld verdienen möchte. Und dann bedeutet das Gewerbeanmeldung. Davon ausgenommen ist wichtig, Geld verdienen heißt auch Gewinne machen. Das heißt, wenn ihr das als Hobby betreibt und ihr wisst, ihr habt zwar ein paar Umsätze, die werden aber niemals höher sein als eure und habt auch gar nicht das Interesse daran, dass die höher sind als eure Ausgaben. Eure Ausgaben, dann könnt ihr quasi, dann kann das Liebhaberei sein. Also das kann das Finanzamt euch quasi sagen, okay, das ist jetzt Liebhaberei. Oder ihr könnt das aber auch dem Finanzamt vorher schon schreiben und sagen, ey, das und das mache ich so und so sieht quasi meine gesamte Kalkulation aus. Ist es Liebhaberei? Liebhaberei bedeutet, dann sind die Einnahmen steuerfrei. Was aber nicht zwingend gut sein muss. Wichtig an dieser Stelle ist, Liebhaberei hat den Vorteil, dass die Einnahmen steuerfrei sind. Problematisch ist, also blöd an der Seite ist, aber dann darfst du die Ausgaben auch nicht absetzen. Der Vorteil ist nämlich, wenn du dich selbstständig gemacht hast, ein Gewerbe angemeldet hast, du musst ja nichts tun. Du kannst ja auch 0 Euro Umsatz und 0 Euro Ausgaben haben, dann ist das relativ schnell gemacht, die ganzen bürokratischen Pflichten. Wichtig an dieser Stelle ist aber, du kannst, wenn du eine Selbstständigkeit hast, also Gewerbebetrieb oder eine Freiberuflichkeit, dann kannst du halt auch alle Kosten, die im Zusammenhang mit deinen geplanten Einnahmen anfallen, kannst du die geltend machen. Das heißt, wenn ich jetzt YouTube-Videos erstelle und sage, ich würde gerne Gewinne damit machen und ich brauche unbedingt einen Laptop, um den ganzen Quatsch zu machen, dann kann ich diese Anschaffungskosten von der Steuer absetzen. Das kann ich nicht machen, wenn ich YouTube aus Hobby mache und das quasi als Liebhaberei eingestuft wird. Dafür ist das entscheidend und deswegen ist tatsächlich eine Selbstständigkeit in vielen Fällen tatsächlich sogar vorteilhaft. Und ihr müsst auch gar nicht im ersten Jahr schon Gewinn machen, sondern es gilt nur die Absicht, erstmal in den ersten Jahren Gewinn zu machen. Wenn ihr jetzt nach zwei Jahren oder drei Jahren Gewinne macht, ist das auch gar kein Problem. Das heißt, ich kann auch fleißig drei Jahre lang YouTube-Videos produzieren oder anschließend erst Gewinne machen, dann kann ich trotzdem die ganzen Kosten in den ersten Jahren schon verrechnen. Das ist auch relativ interessant, wenn man nebenberuflich beispielsweise gründet, weil ihr diese Verluste, die aus eurer Selbstständigkeit beispielsweise auch mit eurem Gehalt aus Anstellung verrechnen könnt. Und das führt fast immer zu einer ziemlich großen Steuererstattung, weil wenn ich, keine Ahnung, 60.000 Euro Gehalt pro Jahr habe, 10.000 Euro Verlust mit meiner Selbstständigkeit mache, darf ich das verrechnen und muss in meiner Steuererklärung nur 50.000 Euro versteuern. In den monatlichen Gehaltsabrechnungen wurden mir aber schon die ganze Zeit Steuern abgezogen, als wenn ich 60.000 Euro verdient hätte. Das heißt, es bedeutet eigentlich immer eine ordentliche Steuererstattung. Und deswegen ist das tatsächlich ziemlich attraktiv, nebenberuflich zu gründen. Wichtig an dieser Stelle noch, und das, weil ich es einfach so oft lese, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber es gibt eine Kleinunternehmerregelung. Die bezieht sich auf die Umsatzsteuer. Dazu haben wir ganz viele Videos gedreht. Also wirklich, wir haben auf diesem ganzen Kanal zu Kleinunternehmerregelungen, keine Ahnung, 6, 7, 8 Videos schon veröffentlicht. Es kommen auch noch welche. Da haben wir eine ganze Playlist erstellt. Michelle, vielleicht magst du die auch einmal teilen. Kleinunternehmerregelung hat nichts mit Kleingewerbe zu tun. Und das steht im Internet so katastrophal falsch. Weil wenn du irgendwelche Themen rund um Gründen suchst und so weiter, werden diese Begriffe zusammengemischt. Und das verwirrt nur. Das können nur irgendwelche SEO-Experten gemacht haben, die sagen, das ist ja ein ähnlicher Begriff. Lass uns das mal alles durcheinander werfen und mal den einen, dann den anderen Begriff nutzen. Es ist, was unterschiedlich ist. Ein Kleingewerbe ist ein kleines Gewerbe. Das heißt, da geht es eher darum, welche Rechtsform du hast. Kleingewerbe heißt, du musst ihn im Handelsregister eintragen. Das heißt, dürften wahrscheinlich die allermeisten von euch ein Kleingewerbe gründen. Kleinunternehmerregelung ist § 19 aus dem Umsatzsteuergesetz. Das heißt, wenn ich einmal mich beuge und hier mein Gesetz auspacke, steht in § 19, dass ich, wenn ich dauerhaft unter 22.000 Euro Jahresumsatz liege, das kann ja durchaus interessant sein bei nebenberuflichen Selbstständigen, dann kann ich darauf verzichten, Umsatzsteuervoranmeldungen laufender zu geben. Das heißt, ich habe erstmal mit der Umsatzsteuer nichts weiter zu tun. Ich muss zwar trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben, aber ich muss keine Umsatzsteuer zahlen. Das ist eine quasi Bürokratieerleichterung für die Umsatzsteuer, aber nur für die Umsatzsteuer. Ihr müsst trotzdem alle Steuererklärungen machen als Kleinunternehmer. Aber Michelle hat gerade die ganze Playlist gepostet. Das heißt, wenn das für euch interessant ist, weil ihr plant, unter 22.000 Euro Jahresumsatz zu sein, dann schaut euch mal die Playlist an. Ganz wichtig aber, es hat nichts mit Kleingewerbe zu tun. Und die Kleinunternehmerregelung hat auch nichts mit eurem Rechtsfonds zu tun. Gar nichts. So, wichtiger Punkt, weil die Frage auch gerade schon gekommen ist, ist von Steff kam die Frage, Gewerbeanmeldung, bis wie viele Monate in die Vergangenheit möglich. Natürlich, ihr solltet bitte unbedingt das Gewerbe anmelden, sobald ihr mit der Geschäftstätigkeit beginnt. So schnell wie möglich. Idealerweise, ich weiß, dass die Realität manchmal auch so aussieht, vorher. Also idealerweise plant ihr euch selbstständig zu machen. Meldet euer Gewerbe an und fangt dann an mit eurer gewerblichen Tätigkeit. Bitte nicht zu weit in Vergangenheit. Absolut nicht. Weil das kann teuer werden. Ist tatsächlich einfach so der Fall. Eine unterlassene Gewerbeanmeldung kann bestraft werden, bis 3600 Euro Bußgeld. Und ihr habt keinerlei Nachteil, wenn ihr es zu früh anmeldet. Das Einzige, wo ich sagen würde, wenn du nicht um Jahreswechsel nicht genau weißt, wann du jetzt gerade gründest, und so weiter, dann würde ich dir manchmal sagen, bitte melde dein Gewerbe nicht am 30.12. an, weil dann musst du für das gesamte Jahr eine Steuererklärung und eine Gewinnermittlung machen. Warte halt noch zwei Tage bis zum ersten oder drei Tage bis zum zweiten Januar und melde dich dann an. Dann hast du dir ein ganzes Jahr Buchhaltung und Einnahmenüberschussrechnung und so weiter gespart. Deswegen bitte so schnell wie möglich. Wenn du es jetzt nicht gemacht hast, aber schon selbstständig tätig bist, dann gehst du idealerweise noch heute Abend auf die Webseite von deiner zuständigen Gemeinde, guckst, ob das Gewerbeamt auch Online-Anmeldungen anbietet und kümmerst dich darum. Du würdest auch, wenn du jetzt noch nicht da bist, solltest du wirklich darüber nachdenken, ob du das tatsächlich jetzt eventuell, wenn du noch keine Einnahmen hattest oder so, ob du jetzt zum Beispiel bestimmte Einnahmen vielleicht nicht ansetzt und so weiter und sagst, ich habe jetzt angefangen und so weiter. Weil am Ende ist so eine Gründungsentscheidung, ist ja auch eher so ein Prozess, der geht manchmal wenige Tage, manchmal mehrere Jahre, wie lange man sich vorher damit beschäftigt, dass man selbstständig werden möchte. Ihr könnt nämlich auch alle Kosten absetzen, die, also grundsätzlich könnt ihr auch alle Kosten absetzen, die vor der Gewerbeanmeldung angefallen sind. Das heißt alles, was irgendwie mit der Unternehmensgründung zu tun hat. Das heißt, wenn ihr schon Investitionen habt und wenn ihr zum Beispiel eine Kurse besucht habt, wenn ihr Gründungsseminar besucht habt, wenn ihr, keine Ahnung, einen Online-Kurs fürs Gründen gebucht habt, wenn ihr Messen besucht habt, also all das ganze Zeug, das könnt ihr alles absetzen, auch wenn das zeitlich vor der Gewerbeanmeldung lag. Bedingung ist aber, es sollte nicht länger als drei Jahre, also nicht noch weiter als drei Jahre zurück, was sowieso meiner Meinung nach schon wahnsinnig lang ist. Wichtig allerdings, und da rede ich tatsächlich von meiner eigenen Erfahrung. Ich erzähle euch mal was. Meine Gründung Nummer zwei. Ich habe Ferienwohnungen vermietet. Da war ich von 17 angefangen, mit 20 habe ich damit aufgehört. Ich würde mal sagen, bürokratisch nicht ganz optimal aufgesetzte Selbstständigkeit. Ich habe damit aber aufgehört, weil ehrlicherweise auf Ferienwohnungen vermieten, das klang cool. Ich konnte, also auch mit 17 Jahren war mega, mega cool. So am Strand hatte ich eine Ferienwohnung und so weiter. Und wenn sie leer waren, konnte ich sie selber mindestens. War cool. Aber ehrlicherweise, die Arbeit besteht halt nicht aus coolen Immobilienverwaltungsgeschichten, sondern in den Sommerferien ständig drei Wohnungen ständig sauber zu machen. Es klang in der Theorie und in der Darstellung nach außen immer besonders schön. In der Praxis war das ein Mistjob, muss ich euch mal sagen. Falls irgendjemand plant, Ferienwohnungen, Business zu machen, überlegt es euch. Klar könnt ihr euch da auch Leute reinholen, aber dann kosten die auch wieder Geld, dann sinkt euer Gewinn und so weiter. Meine zweite Idee, wo ich dachte, ey, ich, ich, also klein, klein, so klein war ich gar nicht. War schon genauso groß wie heute. Der junge Melchior dachte sich, nachdem er Immobilienunternehmer war, dachte er, Mensch, Eventreihen wären noch cool. Könnte ich nicht große Eventveranstaltungen, so Reihen machen? Ich miete mich in große Clubs, Diskotheken ein und mache dann, macht dann da mein, quasi, ich mache so das Branding für eine Eventreihe, ich miete mich in die Clubs ein, ich sorge für den DJ, für Deko, für Ankündigungen und die ganze Vermarktung und mache die Bude voll und mache dann einfach mit den Clubbesitzern 50-50. Also, oder ganz häufig ist es, praktisch den Deal, den hatte ich auch so handschlagmäßig zumindest ausgehandelt, und ich kriege Eintrittsgeld und die Bar- und Kasseneinnahme kriegt halt der Clubbesitzer. Soweit mein ausgefeiltes Geschäftskonzept. Klang gut. Ich war überzeugt, dass das jetzt the next big thing ist, nachdem ich als Immobilien-Mogul quasi gescheitert bin mit meinen 17 Jahren. Dann habe ich das Ganze gemacht, bin zum Gewerbeamt marschiert und hat gesagt, ich möchte jetzt eine Eventreihe etablieren, ich möchte jetzt hier machen. Und da saß die Sachbearbeiterin im Gewerbeamt in Lübeck, hat mich angeguckt und hat mir Fragen gestellt, die dafür gesorgt haben, dass ich nach fünf Minuten wieder draußen war und es mir doch anders überlegt habe. Nee, tatsächlich habe ich, habe ich tatsächlich, ich habe es tatsächlich gemacht, leider nur ein einziges Event, weil das war ja noch schlimmer und außerdem habe ich Geld verloren ohne Ende. Aber das, das, das habe ich dann mit 21 gemacht. Ihr braucht in vielen Branchen Genehmigungen, Konzessionen, um überhaupt ein Gewerbeamt zu melden. Das heißt, beim Gewerbeamt wird dann geprüft, dürft ihr das eigentlich machen. Mein größtes Problem, warum ich sofort wieder rausgeflogen bin beim ersten Mal ist, wenn du Nachtveranstaltungen machen willst und was mit Alkohol zu tun haben willst und keine vertragliche, also keinen ernsthaften Vertrag oder Abmachung oder Musterverträge und gar keinen Plan hast, wie du eigentlich Geld verdienen willst und da spielt Alkohol eine Rolle, brauchst du eine Schanklizenz. Also du musst halt, du musst wissen, also Alkohol darf nicht einfach jeder überall irgendwie verkaufen, wusste ich halt nicht. Ich meine, das habe ich leider in der Schule nicht gelernt, in der Uni auch nicht. Also hat die nette Dame aus dem Gewerbeamt mir das dann erzählt, dass das nicht ganz so einfach ist. Deswegen habe ich mein Geschäftskonzept ein bisschen angepasst und habe auch so einen Mustervertrag gemacht mit tatsächlich Clubbesitzern, wo wir es genau aufgeteilt haben, dass der Clubbesitzer halt den Tresen macht, durfte ich dann halt nicht mehr. Und er hat dann die Schanklizenz, die er sowieso schon gehabt hat und ich mache quasi nur das Marketing und kriege dann halt die Eintrittsgelder. Wichtig für euch, ich habe dir ein bisschen was aus meinem Leben gelernt, aber wichtig für euch ist, ihr müsst euch bitte vorher damit auseinandersetzen, welche Genehmigungen, Konzessionen und so weiter ihr braucht für eure Gewerbeanmeldung. Tatsächlich ruft an. Das ist tatsächlich, klingt so bescheuert, aber ruft halt einfach an. Auch wenn ihr googelt, findet ihr echt eine ganze Menge Mist. Wenn ihr, IHK ist eine gute Anlaufstation oder einfach beim Gewerbeamt vorher einmal anrufen. Ihr könnt natürlich auch hinfahren, genauso wie ich, hat bei mir ja dann auch funktioniert. Ich musste halt nur zweimal hin. Ist ja immer ein bisschen nervig, weil die haben ja auch immer so blöde Öffnungszeiten. Das heißt, ruft einfach mal an, informiert euch, welche, was müsst ihr mitbringen für die Gewerbeanmeldung. Ihr braucht das nicht für alle Geschichten, spart euch aber die Zeit und die Arbeit. Der junge Melchior war ein wenig naiver und musste mehrfach zum Gewerbeamt rennen, um endlich eine Gewerbeanmeldung als Veranstalter von meinen Großevents anzumelden. Das solltet ihr quasi vor der Gewerbeanmeldung machen. Während der Gewerbeanmeldung, also was passiert da eigentlich? Wichtig erstmal, die Gewerbeanmeldung an sich macht ihr bei eurer Gemeinde. Manchmal ist die Gemeinde, also manchmal arbeiten wir auch zusammen mit der örtlichen IHK, also Industrie- und Handelskammer oder HWK, Handwerkskammer. Das findet ihr über Google raus. Tatsächlich, und das ist wirklich traurig, vor Corona war Berlin die einzige Stadt, wo Deutschland, wo ihr das online machen konntet. Corona ist ja der größte Digitalisierungsturbo überhaupt für dieses Land gewesen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich Corona dankbar dafür bin, aber inzwischen bieten das einige Gemeinden an, dass ihr tatsächlich das auch online machen könnt. Das heißt, inzwischen geht das auch ganz gut auf dem Postweg oder online in den meisten Gemeinden. Das heißt, ihr könnt es natürlich über Post oder so machen. Ihr könnt natürlich auch vor Ort sein, aber tatsächlich geht es in zunehmend mehr Gemeinden online, dass ihr euch da auch da anmelden. Ehrlicherweise ist nach wie vor, gerade wenn ihr ein bisschen komplexere Gewerbeanmeldungen habt, ist aber der vor Ort Termin tatsächlich hilfreich. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, also wenn ihr tatsächlich mehrere Fragen habt und mit Konzessionen und solche Sachen, ruft vorher an, ein Termin vor Ort kann tatsächlich auch helfen. Die können euch auch grundsätzlich helfen. Idealerweise organisiert ihr euch das Formular, also das Formular der Gewerbeanmeldung ist meistens nur ein oder zwei Seiten, aber vorher und füllt das vorher aus. Das heißt, ihr geht das schon mal vorher durch, weil häufig entstehen beim Ausfüllen tatsächlich so ein paar Fragen und die solltet ihr ihrerweise vorhaben, die ihr dann da nochmal besprechen könnt. Das ganze Ding kostet also eine Gewerbeanmeldung 20 bis 60 Euro. Also ihr redet hier mit einem früheren Immobilien-Mogul und Veranstaltung von Großevents. Das war für mich sogar drin, ist jetzt also echt wirklich nicht die Welt. Wichtige Unterlagen, die ihr immer mit dabei haben solltet, ist euer Personalausweis oder Reisepass, die ganzen Genehmigungen, die ihr idealerweise vorher einmal abfragt und das ausgefüllte Formular. Könnt ihr auch vor Ort machen, kann ich euch nicht empfehlen. Ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, weil wir haben echt einige Mandanten, die genau das Problem haben. Es gibt einen Punkt, wo diese Gewerbeleute nicht beraten und zwar, ob ihr überhaupt richtig seid. Das heißt, wenn ihr als Freiberufler zum Gewerbeamt lauft und Gewerbe anmeldet, dann machen die das. Dann melden die für euch eiskalt einfach ein Gewerbe an und dann seid ihr sofort gewerbesteuerpflichtig, auch wenn ihr eigentlich als Freiberufler aufgrund von ihrer Tätigkeit gar nicht seid. Und dann ist es super blöd. Das erzählen dir die Leute tatsächlich im Gewerbeamt nicht. Die wissen halt, welche Zulassungen und kennen sich mit der Gewerbeordnung und all so ein Zeug kann sich hervorragend aussehen. Was, womit sie sich nicht auskennen, ist mit der Unterscheidung zwischen Freiberuflich und Gewerbebetrieb. Deswegen, das ist keine Beratung, allgemein Selbstständigkeitsberatungsstelle. Das ist eigentlich noch nicht mal eine Beratungsstelle für Gewerbebetriebe, aber da können sie euch weiterhelfen. Ob ihr Freiberuflich oder Gewerbebetrieb seid, müsst ihr bitte vorher klären. Und zwar erstens, indem ihr das Video guckt. Und wenn ihr denn noch Fragen habt, solltet ihr vielleicht mit dem Steuerberater reden. Gerne auch mit uns, wenn wir euch irgendwie helfen können. Ja genau, ist in diesen Grenzgängen und bitte nicht zu viel Angst haben vor Gewerbebetrieb. Also wirklich nicht. Das ist vollkommen unbegründet. Das sehe ich auch an, gerade in so Social Media Gruppen sehe ich das teilweise fast regelrechte Panik. So gerade in so Designgruppen und so weiter. Ich bin doch freiberuflich und so weiter. Auch was die Künstlersozialkasse sagt, ist ein ganz anderes Thema als das, wie ihr für die Einkommenssteuer ansetzt seid. Hat da überhaupt gar keine Connection zu. Wichtig ist für alle Leute, die Gewerbeanmeldung ist der erste Schritt, ist aber nicht euer einziger Schritt, wenn ihr euch selbstständig machen würdet. Das heißt, das macht ihr bitte als erstes. Danach müsst ihr euch noch bei diversesten anderen Stellen anmelden. In der Regel bekommen diese Stellen schon eine Information vom Gewerbeamt. Das heißt, wenn ihr euch im Gewerbe anmeldet, verteilt das Gewerbeamt die ganzen Informationen. Zum Beispiel diese zuständige Kammer. Also Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer. Die gesetzliche Unfallversicherung, das ist meistens, also bei Bürojobs, wie ich sie immer gemacht habe, ist es VBG. Also auch da müsst ihr Mitglied sein. Und wenn ihr Arbeitgeber seid, solltet ihr euch auch bei der Bundesagentur für Arbeit anmelden. Das heißt, ihr braucht dann eine Betriebsnummer und so weiter. Das heißt, ihr müsst euch auch nochmal anmelden. Und deswegen, die werden grundsätzlich informiert. Und, bitte nicht vergessen, natürlich das Finanzamt. Und damit holen wir quasi alle Freiberufler von euch wieder ab. Das heißt, es ist ein ganzes Prozess Gewerbeanmeldung. Machen nur die Gewerbetreibenden. Die Freiberufler überholen das Ganze einmal. Wir treffen uns aber wieder beim Finanzamt, bei der Finanzamtanmeldung. Grundsätzlich läuft die Kiste nämlich so. Als Gewerbetreibender, ihr geht zum Gewerbeamt, meldet da euer Gewerbe an. Das Gewerbeamt informiert dann das Finanzamt. Das Finanzamt schickt euch oder schreibt euch, fordert euch auf, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Ihr kriegt ja manchmal ein Papier, manchmal online, wie auch immer. Darauf müsst ihr aber gar nicht warten. Ihr könnt trotzdem, auch gleich direkt am ersten Tag, könnt ihr euch beim Finanzamt anmelden. Die Finanzamtanmeldung macht ihr mit dem sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Was für ein Begriff, was für ein Name für so ein blödes Steuerformular. Ich habe dazu eine wirklich umfangreiche, ausführliche Anleitung gedreht, wo ich Elster Online gezeigt habe, wo man da klicken muss, wo man was eintragen muss, wo ich auf alle Fallstricke eingegangen bin und so weiter. Michelle, das magst du vielleicht gerne mal in den Kommentar, in den Chat posten. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und das müssen alle, das müssen Freiberufler und Gewerbetreibende machen, füllt das Ding aus. Und vorher holt ihr euch bitte einen Zugang zu Elster Online. Das könnt ihr auch sofort machen, das kann man auch als Angestellter machen. Und auch wenn ihr vorher angestellt war, einen Zugang zu Elster Online habt, dann könnt ihr den auch später für eure Selbstständigkeit nutzen. Kein Problem. Elster Online sollte jeder Selbstständige einen Zugang haben, außer ihr habt einen Steuerberater, also uns zum Beispiel. Dann braucht ihr das Ganze nicht, dann machen wir das für euch und ihr ruft uns einfach an, wenn ihr was wollt. Oder schreibt uns eine Chatnachricht oder wie auch immer. Wichtig. Warum solltet ihr es überhaupt eilig haben, euch beim Finanzamt anzumelden? Ist ja irgendwie doof. Ist es nicht, weil ihr, nachdem ihr euch beim Finanzamt angemeldet habt, kriegt ihr eine Steuernummer. Und diese Steuernummer braucht ihr, um sie auf eure Rechnung zu schreiben. Das heißt, bevor ihr euch nicht beim Finanzamt angemeldet habt, könnt ihr keine korrekten Rechnungen schreiben. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr eure Steuernummer, richtige Steuernummer für eure Selbstständigkeit auf die Rechnung entschreibt. Nur dann könnt ihr tatsächlich Rechnungen schreiben und Kohle verdienen. Deswegen ist das wahnsinnig wichtig, dass ihr das so früh wie möglich macht. Und auch die Gewerbetreibenden, die eventuell vielleicht schon ein bisschen früher in der Vergangenheit angefangen haben und das jetzt beeilen müssen, macht das so schnell wie möglich. Holt euch eine Steuernummer, dann könnt ihr Rechnung schreiben und so weiter. Ihr müsst nicht darauf warten, dass das Finanzamt auf euch zukommt und euch dann erzählt, füllt meine Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Das kann ich euch jetzt an dieser Stelle schon mal sagen. Das ist das, was ihr machen müsst. Also ihr könnt das auch sofort heute schon machen. Sandy hat schon geschrieben, bei der Stadt Köln ging das super schnell und nach zwei Wochen war die Steuernummer da. Das ist sehr schnell. Also das ist wirklich sehr schnell. Das kann teilweise meiner Erfahrung nach bis zu sechs Wochen dauern. Es lohnt sich aber manchmal, wenn ihr das ausgefüllt habt, online, von mir ist auch Papier, wie auch immer, das abgegeben habt. Und ihr hört nach drei Wochen, zwei Wochen und so noch nichts vom Finanzamt. Könnt ihr auch einfach mal anrufen und sagen, ey, ich habe Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgegeben und so weiter. Es ist manchmal so, dass die Nummer schon erteilt wurde im System vom Finanzamt, euch aber quasi noch nicht übermittelt wurde, weil da irgendwo noch ein manueller Schritt dazwischen ist und so weiter. Das ist tatsächlich, das machen wir für unsere Mandaten relativ häufig. Wenn die es eilig haben, ruft einfach nach anderthalb, zwei Wochen schon mal an und sagt, ich habe gegründet, ich habe es ein bisschen eilig. Ich wollte mal fragen, ist die Steuernummer vielleicht schon erteilt worden? Und dann sagen sie euch das durchaus häufiger mal einfach am Telefon. Und dann habt ihr die Steuernummer und dann könnt ihr eure Rechnung schreiben. Ab einer gewissen Größe und vor allen Dingen Rechtsform müsst ihr auch noch ein Handelsregister eintragen. Handelsregister ist quasi ein offenes Register für alle Unternehmen, die ein bisschen größer sind. Das kann nötig sein, ist aber, wenn ihr also One-Vent-Show nicht, normalerweise braucht ihr dann schon wirklich, also es muss schon ein Unternehmen sein. Es ist, ich möchte euch jetzt nicht absprechen, Unternehmer und Unternehmerinnen zu sein, aber es muss wirklich eine Größe haben, es muss Mitarbeiter haben, es muss Geschäftsprozesse haben und so weiter, dann müsst ihr euch eintragen. Es gibt tatsächlich auch einige, die wollen sich auch bewusst eintragen, auch als Einzelunternehmen, aus dem einfachen Grund, weil dann müssen sie, ist der Unternehmensname nicht mehr ihr eigener Name. Das heißt, wenn, ich nehme mal irgendein Beispiel, und zwar hatten wir doch hier vorhin die Kurse, die Online-Trainings, Schulungen, hier Online-Kunstunterricht, Gesang und Malerei, Marc Schönfelder. Marc Schönfelder, dein Unternehmen heißt immer Marc Schönfelder, du darfst es gerne Marc Schönfelder Online-Kunstunterricht nennen oder Marc Schönwälder Online-Art oder was weiß ich, das kannst du gerne alles machen, du darfst auch Marc Schönfelder nie rausnehmen. Wenn du dich bewusst selbst freiwillig im Handelsregister einträgst, dann musst du halt erstmal die Daten offenlegen, das mögen nicht alle, das kostet ein bisschen und solche Geschichten, dann könntest du aber zum Beispiel Online-Art eingetragener Kaufmann heißen. Vielleicht kennt ihr das, EK als Abkürzung, als Rechtsform, das sind immer die Einzelunternehmen, die quasi im Handelsregister eingetragen sind. Kannst du machen und dann kannst du gerne irgendwo, also irgendwo noch draufschreiben, Inhaber Marc Schönfelder, aber dann ist deine Unternehmensbezeichnung, kann dann irgendwie heißen, wie du es dir halt irgendwie ausdenkst. Davon vollkommen unbelassen ist natürlich, dass ihr eure Webseite trotzdem so nennen könnt, wie ihr nennen wollt. Dazu sind wir eigentlich quasi am Ende. Ich fasse nochmal zusammen, Gewerbetreibende müssen erstmal herausfinden, dass sie gewerbetreibend sind, müssen zum Gewerbeamt gehen, müssen sich dann beim Finanzamt anmelden. Dann kommt noch diese ganze IHK, HWK, Unfallversicherung und wenn ihr Arbeitgeber seid, Arbeitsamt, Bundesagentur für Arbeit, als Freiberufler in erster Linie Finanzamt. Auch dann müsst ihr natürlich, wenn ihr Arbeitgeber seid, müsst ihr natürlich auch euch beim Arbeitsamt, Bundesagentur für Arbeit anmelden und solche Sachen. Aber wichtig ist, erster Gang ist für Gewerbetreibende, Gewerbeamt, Freiberufler, Finanzamt und Gewerbetreibende müssen auch unbedingt auch das Finanzamt natürlich anmelden. Wie läuft die ganze Kiste jetzt eigentlich ab, wenn ihr keine Lust mehr habt? Sehr, sehr, sehr ähnlich. Wichtig ist grundsätzlich, für all das seid ihr verantwortlich. Auch wenn ihr einen Steuerberater habt, ist es eure rechtliche Verantwortung, dass das alles passiert. Natürlich erwarte ich von einem guten Steuerberater, dass der sich darum kümmert. Aber es ist eure Verantwortung, dass das alles passiert. Ihr als Selbstständige seid 100% in der Verantwortung. Es gibt tatsächlich für die Abmeldung einfach auch Formulare, die kriegt ihr genauso beim Gewerbeamt. Und die müssen einfach ausgefüllt werden. Auch da ist es das Einfachste, würde ich es tatsächlich nach wie vor sagen, auch als Online-Mensch würde ich es immer sagen, wenn ihr von irgendwas keine Ahnung habt, geht da hin und stellt euch doof. Mache ich sogar selbst beim Finanzamt. Also manchmal ist Finanzamt, also Finanzamt darf einen ja nicht beraten, wenn ich aber irgendwo mir unsicher bin. Also es ist unsicher, manchmal ist es ja so eine Abwägungssache und du möchtest eher wissen, wie sieht die Gegenseite das denn. Habe ich auch für meine eigene Steuer dann häufiger schon mal angerufen und gesagt, wenn ich das jetzt so mache, ist das dann richtig. Man kriegt keinen Finanzbeamten so schnell dazu, einem eine Antwort zu geben, wenn man ihm mit Arbeit droht. Und wenn ich ihm jetzt sage, dass ich irgendwas Falsches mache, dann wird er dir ganz schnell sagen, mach das lieber so. Auch wenn sie es eigentlich nicht dürfen. Funktioniert immer. Manchmal ist es ja so eine Ermessensentscheidung, gerade zum Beispiel Gewerbe und Freiberuf. Das ist ja so fließende Übergänge und manchmal möchte ich immer mal wissen, was will das Finanzamt eigentlich. Ist beim Gewerbeamt viel, viel einfacher. Die sind tatsächlich, meiner Erfahrung nach, relativ hilfreich, auch am Telefon, wenn man sie denn erreicht. Auch da braucht ihr einmal Personalausweis und Reisepass und braucht euren Gewerbeschein. Also Gewerbeschein ist quasi eure Gewerbeanmeldung. Es steht meistens auch Gewerbeschein obendrauf. Auch das kostet 20 bis 40 Euro. In einigen Gemeinden ist das tatsächlich sogar steuerfrei, sich das einfach wieder löschen zu lassen. Das Finanzamt muss bei einer Abmeldung nicht separat informiert werden. Das ist im Wesentlichen die Abmeldung. Ist tatsächlich genauso einfach und deswegen empfehle ich euch tatsächlich, gerade wenn ihr vielleicht gerade gründet, vielleicht nebenberuflich erstmal starten wollt und so weiter, startet als Einzelunternehmen. Eine GmbH zu löschen aus dem Halsregister, zu liquidieren, ist ein Prozess, der wirklich, meiner Erfahrung, fast zwei Jahre dauert. Und in diesen zwei Jahren habt ihr auch nach wie vor Kosten. Wenn ihr nur Einzelunternehmen auflösen wollt, dann redet ihr halt wirklich von 20 bis 40 Euro. Das Finanzamt checkt das manchmal nicht, gerade wenn ihr Freiberufler seid, dann hilft euch der Gang zum Gewerbeamt natürlich nicht, weil ihr da nie gemeldet wart. Da könnt ihr aber tatsächlich einfach beim Finanzamt anrufen und sagen, ey, Selbstständigkeit eingestellt und so weiter. Ihr müsst natürlich in dem Jahr, ich würde mal sagen, des Endes der Selbstständigkeit, müsst ihr natürlich noch eine Steuererklärung machen. Das ist relativ klar. Im folgenden Jahr dann nicht. Stella Wiegen schreibt, müssen bei der Tätigkeitsbeschreibung Gewerbeanmeldungen auch Bereiche angezeigt werden, die man nur ein paar Mal im Jahr ausübt? Nö, gar nicht. Also es gibt tatsächlich auch, willkommen in der BWL-Vorlesung, es gibt so Hilfsgeschäfte und, vielleicht sollte ich keine BWL-Vorlesung halten. Nee, es gibt halt auch so Umsätze, die du so ab und zu mal machst. Um euch ein ganz simples Beispiel zu machen, wenn wir jetzt Steuerberatung machen, dann machen wir ja Steuerberatung. Wenn ich jetzt aber meinen Firmenwagen, den ich leider nicht besitze, verkaufen möchte, muss ich mich ja nicht als Autohändler anmelden. Auch wenn ich einmal im Jahr meinen Firmenwagen verkaufe, weil ich gerne jedes Jahr ein neues Auto haben will, muss ich mich auch nicht als Autohändler anmelden. Das sind, also sowas musst du ja auch nicht machen. Wenn du beispielsweise Social Media machst und sagst, manchmal gehören dann Fototermine dazu, finde ich, ist das so eng aneinander, dass du da wirklich sagst, okay, natürlich gehört es zu einer guten Social-Media-Strategie, gute Bilder und deswegen mache ich natürlich auch Bilder, fertig ist die Kiste. Ich würde grundsätzlich bei der Tätigkeitsbeschreibung von der Gewerbeanmeldung immer sagen, bleibt so vage und allgemein wie nur irgendwie möglich. Wenn ihr zu weit das Tor öffnet und Interpretationsspielraum bietet, dann werden die euch das im Gewerbeamt schon sagen, dass das so nicht geht. Ich würde im Zweifel aber noch nicht mal Social-Media-Marketing schreiben, sondern ich würde eher sowas wie Marketing-Dienstleistungen reinschreiben. Weil Marketing-Dienstleistungen heißt dann auch alle anderen Online-Kanäle, das heißt dann aber auch sogar Flyer-Design und Marketing-Dienstleistungen würde da automatisch dann auch schon Fotografie involvieren und Web-Design. Also ich würde versuchen, das so allgemein wie nur irgendwie möglich und so altdeutsch wie nur irgendwie möglich bezeichnen, dass das auch irgendjemand in einem Amt verstehen kann. Deswegen finde eher so einen ganz allgemeinen Begriff, weil sonst ist es immer super blöd, dass du es immer nochmal anpassen und ändern musst. Das müsstest du halt im Zweifel machen, wenn du das Social-Media machst. Jetzt machst du aber noch Web-Design, dann musst du im Zweifel dein Gewerbe, also musst du da im Zweifel nochmal hin und das nachmelden. Das ist halt doof. Office Advice schreibt, ich kann also Ausgaben, die ich vor Anmeldung des Gewerbes, aber mit ausschließendem Bezug zum Gewerbe getätigt habe, zum Beispiel Hardware, trotzdem als Betriebsausgabe ansetzen. Jawohl, das kannst du, Office Advice. Vorausgesetzt, die Ausgabe war kurz vorher, also sechs bis acht Wochen. Ja, kannst du, hundertprozentig, gar kein Problem. Du hast ja, also ehrlicherweise, du machst ja das erste Mal ernsthaft eine richtige Buchhaltung, wenn du die Steuernummer hast. Vorher kannst du ja noch gar keine Umsatzsteuer-Vornmeldung oder irgendwas abgeben. Das heißt, du machst ja sowieso erst eine Gewerbeanmeldung, dann machst du die Finanzamtanmeldung und solche Sachen, dann kriegst du eine Steuernummer und dann bist du ja erst in der Lage, eine Buchhaltung abzugeben irgendwie. Weil dann hast du ja erst die Steuernummer, mit der du die Daten quasi ans Finanzamt ermitteln kannst. Da sind in der Regel sowieso schon so ein paar Wochen vergangen. Und dann wirst du, deine ersten Umsatzsteuer-Vornmeldungen werden dann automatisch sowieso für ein paar Monate in der Regel sein. Und die kannst du ohne Probleme als Betriebsausgabe absetzen, wenn die vorher waren. Sandy schreibt, der Brief vom Gewerbeamt, ihr Gewerbe ist angemeldet, bitte überweisen Sie die Gebühr an Konto XY. Ist keine Rechnung. Richtig, habe nämlich nur so ein Schreiben und keinen Beleg erhalten. Ich finde schön, wie du schreibst. Nein, es ist keine Rechnung, es ist aber ein Beleg. Und der Grundsatz in der Buchhaltung heißt immer, keine Buchung ohne Beleg und nicht keine Buchung ohne Rechnung. Tatsächlich werden die dir nichts anderes geben. Reicht aber für die Buchhaltung aus. Was du da natürlich nicht hast, wenn da keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, hast du keinen Vorsteuerabzug. Dürfte aber tatsächlich so sein. Hallo, ich hätte noch eine Frage bezüglich der Haftung. Wenn ich als Einzelunternehmer tätig bin, bin ich ja auch mit meinem gesamten Privatvermögen haftbar. Sichert mich eine Betriebshaftpflichtversicherung dafür ab? Ja, gibt zumindest welche. Also es gibt solche, die das machen. Es gibt so Vermögensschutzversicherungen und so weiter. Ich bin wirklich absolut kein Experte für Versicherungen. Also da spreche ich wirklich nur aus meiner persönlichen eigenen Erfahrung. Ich habe solche Versicherungen immer gehabt. Nicht immer. Später, als ich ein wenig älter und weiser war, hatte ich solche Versicherungen. Ich habe sie Gott sei Dank nie gebraucht. Aber es gibt Versicherungen, die genau sowas absichern. Ich habe tatsächlich auch mal einen Fall gehabt, wo ich das in Anspruch genommen habe. Und die haben auch bezahlt. Gar kein Problem. Also da ging es wirklich so ein bisschen darum, dass Marketingdienstleistungen und so weiter war irgendwas nicht richtig eingestellt. Dann ging plötzlich die Google Ad Spend an und so weiter. Ist am Ende nicht mein, also kann man schon sagen, nicht mein Hauptfehler gewesen, aber es ist meine Fahrlässigkeit gewesen, dass ich das nicht gecheckt habe und so weiter. Hat tatsächlich die Versicherung übernommen. Ich hatte dann so einen Eigenanteil von, keine Ahnung, 250 Euro oder so. Den habe ich bezahlt. Den Rest hat die Versicherung bezahlt. Vielen Dank, liebe Versicherung. Marc Schönfelder schreibt, bei der Anmeldung bei Elster Online bekomme ich sofort eine Steuernummer, um zum Beispiel Rechnung schreiben zu können. Oder wie lange dauert das, dass ich die Steuernummer bekomme? Das variiert so ungefähr, meine Erfahrung, zwei bis acht Wochen. Wir haben ja oben jetzt einmal das Kölner Beispiel gehört von, ich weiß nicht mehr genau wem. In Köln hat es zwei Wochen vor kurzem gedauert. Irgendjemand hat es vorhin in den Chat geschrieben. Das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn du dann nach ein bis zwei Wochen nichts gehört hast, ruf mal bei deinem Finanzamt an. Vielleicht können sie dir das am Telefon schon sagen. Geht, ist nicht immer so, aber da liegt tatsächlich meistens relativ viel, da sind manuelle Arbeitsschritte beim Finanzamt notwendig. Das ist wirklich das Aktenzeichen-Nummer im Finanzamt. Da sind doch manuelle Prozesse dahinter. Auch wenn ihr das online beantragt, sind ja trotzdem manuelle Prozesse dahinter. Und wenn die Kollegin gerade krank ist oder in Corona-Quarantäne oder weiß die Geier was, dann liegt das manchmal leider ein bisschen. Inzwischen hat sich das Finanzamt ein bisschen dran gewöhnt, dass wir eine Pandemie haben. Es kann aber trotzdem immer noch sein, dass es manchmal ein bisschen hängt. Wenn du es aber wirklich nach anderthalb, zwei Wochen nicht hast, würde ich einmal anrufen. Standardmäßig sollte das schon innerhalb einem Monat über die Bühne gegangen sein. Also es dauert tatsächlich leider ein bisschen. Stella schreibt, Ab wann muss man Vorauszahlungen für die Einkommensteuer zahlen? Grundsätzlich musst du quasi Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer leisten, wenn du mindestens 400 € pro Jahr insgesamt an Einkommensteuer zahlen musst. Dann geht nämlich das Finanzamt hin. Also dann zahlst du pro Quartal 100 €. Unter 100 € Quartalsweise Vorauszahlung gibt es nicht. Wenn du gerade gründest und das Finanzamt gar keine Infos von dir hat, dann nehmen sie tatsächlich die Zahlen, die du angegeben hast im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Deswegen musst du da auch dein Einkommen, dein Gesamteinkommen eintragen, damit das Finanzamt quasi deine Vorauszahlung festlegen kann. Dummerweise bei den Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer wird immer der letzte Steuerbescheid genommen. Und es kann ja durchaus sein, dass der schon sehr, sehr alt ist. Auch für laufende Selbstständigkeiten tatsächlich. Mein letzter finalen Steuerbescheid, den ich bekommen habe, ist 2019. Wir sind jetzt 2022. Das ist lange her. Also den 2020-Bescheid habe ich noch nicht bekommen, weil ich habe geheiratet, ich habe ein Kind gekriegt, ich bin umgezogen. Tausend Gründe. Ich habe den Steuerbescheid für 2020 noch nicht. Gut, ich bin auch angestellt. Aber wäre ich jetzt angestellt, dann beruhen quasi meine Vorauszahlungen auf meinem Steuerbescheid und meinem Einkommen von 2019. Ich meine, was war in 2019? Da gab es keine weltweite Pandemie und Homeoffice. Das gab es einfach alles nicht. Die Welt war noch eine ganz andere. Und deswegen ergibt es manchmal tatsächlich Sinn, dass man selbst einen Überblick behält. Ich kann tatsächlich, und das klingt jetzt ein bisschen blöd, als dass ich sage, dass ich unabhängig bin, bin ich natürlich nicht. Kontist Geschäftskonto ist absolut meine Empfehlung, weil das Kontist Konto zeigt ja immer an, wie viel Geld auf dem Konto dir gehört und wie viel du für die Steuer zurücklegen musst. Du kannst jederzeit deine Vorauszahlungen für die Einkommensteuer nach oben und unten anpassen lassen. Dafür musst du dem Finanzamt einfach nur schreiben und sagen, ey, dieses Jahr sieht bei mir ein bisschen besser aus, ich möchte gerne ein bisschen mehr vorauszahlen, dieses Jahr sieht ein bisschen schlechter aus, ich möchte ein bisschen weniger vorauszahlen. Mache ich ständig für meine Frau. Ich bin nicht selbstständig, aber machen wir tatsächlich ständig. Würde ich jetzt nicht im Quartalstakt machen, aber das nachzujustieren geht immer. Das heißt, wenn du jetzt gerade gründest, relativ wenig angegeben hast, super viel verdienst und dich sicherer fühlst, wenn das Finanzamt schon mal sein Geld hat, dann schreibt ihn einfach und dann setzen sie das hoch. Und sonst hast du mit jedem neuen Einkommensteuerbescheid, werden neue Vorauszahlungen festgesetzt. Nächste Frage. Hallo, muss man bei Contest seine Steuer-ID oder seine Umsatzsteuer-ID eingeben? Ich habe mich angemeldet und gehört, ich müsse meine Umsatzsteuer-ID spätestens nach 90 Tagen angeben. Ja, das nervt mich des Todes, dass das so verwirrend ist. Michelle, vielleicht magst du ganz kurz das Video rausholen, wo ich die Unterschiede zwischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, persönlicher Steuer-ID-Nummer und der Steuernummer erkläre. Und für dich, MMZ-Arts, es gilt deine persönliche Steuer-Identifikationsnummer. Nicht nur bei Contest, sondern bei allen Bankkonten. Das heißt, auch für alle anderen, wenn ihr bei eurer Bank eine Steuer-ID angeben müsst oder im Depot oder was auch immer, geht es immer um eure persönliche Steuer-Identifikationsnummer und nicht die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ist Auflage für Banken. Das ist gesetzlich vorgegeben. Und damit bedanke ich mich auch sehr herzlich bei euch. Hat mir viel Spaß gemacht. Macht Spaß mit euch. Auch gerade, wenn solche Themen interessant sind, zum Gründen und so weiter. Wie gesagt, ich habe da, glaube ich, jeden Fehler auch schon dreimal Sitz gemacht. Wie sagt man so schön? Dumm ist man erst, wenn man Fehler viermal macht. Danke euch. Bis dahin. Ciao.